Hallo! Ich stehe hier, wie so oft in letzter Zeit, weil es einfach am praktischsten für mich ist. Aber heute wird nicht konsumiert, zumindest nicht gegessen und nicht getrunken. Nein, heute wird ge-unboxed! Was kann man ja ein bisschen erahnen am Thumbnail, wenn ich den so hinbekommen habe, wie ich dachte. Wenn nicht, dann wisst ihr es nicht. Dann sieht man, wenn man es nicht erachten kann, dann ist es nur das hier als Thumbnail. Wir werden sehen, was es am Ende ist. Also, wie man sieht, ist es ein Amazon-Paket aus England, also UK, bestellt. Wer vor einer Weile war, eine Blar-Folge gehört, eine bestimmte, oder habe ich es in irgendeiner anderen Sache erwähnt? Egal, wer weiß, ich habe hier was bestellt und das wird jetzt ge-unboxed und demnächst auch nochmal anderweitig verwertet. Also, machen wir jetzt auf. Ging dann, nachdem ich die schnelle Versand-Motore gewählt habe, sehr gut. Das ging dann die drei Tage, die es gedauert sollte, ohne Probleme. Tracking, alles. Nur eine E-Mail, dass es geliefert wurde. Die kam, glaube ich, nicht. Komischerweise, weil wenn man vom Deutschen einmal so etwas kriegt, das geht immer sofort. Vom Englischen scheinbar nicht. Oder Britischen. So, also, machen wir auf, damit Spannung nicht noch weiter... So. Und... Ui, aha, so ist es verpackt. Jawohl. Die Kandagawa Jetgirls sind es. Yay! Meine Lieblings-Anime-Serie wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine, die ich zu wertschätzen gelernt habe. Und es ist die UK-Version. Warum ist es die UK-Version? Ähm... Ui. Uhuhu. Okay. Also, ähm... Complete Collection. Das ist eine Complete Collection. Das ist schon mal das eine. Es ist also... Das Bild ist wirklich so überstrahlt, das Cover. Ich habe gedacht, das ist vielleicht die Abbildung bei Amazon und Co. Aber die haben das Motiv wirklich für mein Empfinden überstrahlt. Also, der einzige Nachteil, den ich hier für mich persönlich erkenne, ist, das deutsche Cover ist ein bisschen besser. Das Ding ist aber, in Deutschland werden die Teile, werden die in zwei Volumes verkauft. Eine pro Disc gibt es ein Volume. Und jede Disc kostet, so, je nachdem, wenn man Glück hat, ein bisschen unter 40 Euro. Das ist für deutsche Anime-Verhältnisse relativ akzeptabel noch. Für meine persönlichen Einkaufswünsche, äh, für den Arsch. Die können mich mal gern haben. Ich spinne es ja völlig. Ähm... Vor allem, weil hier, also, aber auch in Deutschland, ist das Ding ein halbes Jahr früher rausgekommen. Das kam jetzt Ende Mai, glaube ich. Ich bin zufällig drüber gestolpert, wie ich letztens was anderes gesucht habe. Ende Mai erst in England oder UK. Bei uns seit einem halben Jahr. Ich habe es ja auch damals besprochen für ein Printmedium, wie man wissen könnte. Ähm... Und das Spiel auch übrigens. Das Spiel ist für ein Popo, muss man nicht spielen. Die Serie hier ist wirklich gut. Aber da werden wir nochmal ausführlicher drüber reden in einem Video. Hui. Damit es, ohne diesen ganzen Auspack-Quatsch, damit die Leute, ähm, nochmal draufklicken, wenn ich Glück habe. Ähm... Ja gut. Jedenfalls, also, UK, komplette Sammlung. Und, äh, für mich war sie besonders günstig, weil ich es bei der Bestellung einen, scheinbar ein Wochenende mit Rabattaktionen oder so erwischt hatte. Ich weiß es nicht. Aber regulär kostet es, wenn man es bei Amazon bestellt, was ich empfehlen würde, trotz allem Ärger, den ich mit der Bestellung hatte. Siehe irgendeine Blar-Folge vor ein paar Wochen. Ähm... 29 Pfund, glaube ich, waren es. Und wenn man die schnelle Verdammung-Methode wählt, die ich empfehlen würde, unbedingt, äh, nach den letzten Erfahrungen, dann sind wir bei 34 Pfund. Dann kommen wir mit Unberechnungskurs auf ungefähr 40 Euro. Also, halb so viel, nur ungefähr, wie das Ding bei uns jetzt immer noch kostet. Ich glaube, zum Release war es gar noch ein bisschen teurer. Also, dann haben wir, äh, wie man sehen kann, hier, das ist die britische Version. Mal gucken. Man wird es in der Auflösung nicht so ganz gut lesen können, aber wir haben hier zum Beispiel 18, wegen Contains Sexualized Nudity. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Äh, da steht nicht nur Nudity, nein, äh, sexualisierte Nacktheit. Ich meine, was, was ist ein nicht sexualisierte Nacktheit? Ja, gut, gibt es schon auch Sachen, natürlich. Aber im Zusammenhang mit dem Anime würde ich mal davon ausgehen, Nacktheit sind normalerweise sexualisiert, um es so schön zu sagen, um ein bisschen gute Laune beim Zuschauer zu erzeugen. Und wenn man weiß, bei Kandagawa Jetgirls sind sie alle, äh, gut ausgestattet, also fast alle. Es gibt auch tatsächlich zwei Idols, die sind eher bügelbrettig. Aber der Rest dafür hat man, das wird kompensiert von der quasi-böse Wichtin und ihrer, äh, ihrer Maid. Die haben dafür das Doppel- und Dreifache. Aber egal, jedenfalls, ich gehe also davon aus, ich weiß es tatsächlich nicht, ich gehe davon aus, dass es die Uncut, wie in Deutschland, Deutschland auf Blu-ray ist, Uncut, die, die Streaming-Ausstattung bei Wakanim ist definitiv überarbeitet. Es gibt es bei Animax auch noch, da kann ich es ja nicht sagen, weil ich den nicht abonniert habe. Äh, da steht zwar irgendwas von der 18, also es könnte sein, dass bei Animax die Uncut läuft. Weiß ich nicht. Der Knackpunkt ist aber auch noch ganz wichtig für mich persönlich, äh, relevant. Die deutsche Synchro ist nicht, nicht ganz furchtbar, aber ich kann, aber auch nicht besonders toll, wie so oft halt. Und was ich gar nicht abkann, ist, dass diese, die Honorifics, die japanischen, also die, äh, Chan und, äh, San und was auch immer halt es gibt, die haben sie eingedeutzt. Da wird dann aus der Misa-Chan, wird Misa-Line und das macht mich irre, auch in den Untertiteln logischerweise. Hier ist also Englisch drauf. Ich habe keine Ahnung, wie die englische Synchro ist, ich gehe aber davon aus, sie wird nicht schlecht sein. Bei Steins Gate zum Beispiel war sie sehr gut. Ähm, gut, es ist was ganz anderes natürlich, aber auch das werde ich noch überprüfen. Und auch das noch, das kann man hier nicht erkennen wahrscheinlich, weil es einfach so schlecht lesbar ist. Ah, aber doch, hier ist offenbar, auch das ohne Gewehr, hier steht was von 13 Folgen. Die Serie hat nur 12 und es gibt ein OVA, also einen Original-Video-Anime, oder was es genau heißt. Und das war, wenn ich mich nicht komplett täusche, in der Collector's Edition in Japan oder vielleicht auch bei uns. Nee, ich glaube nicht. War das, war die dabei beim Spiel. Weil, ich habe zwar die verpackte Fassung aus Amerika importiert, aber da war er gleich nicht drin. Also hier ist er anscheinend drauf, der ist in der deutschen Fassung auch nicht drauf. Es ist jetzt nichts Wichtiges, es ist keine Handlungsfortführung, auch die Charaktere, die im Spiel exklusiv sind, kommen hier nicht vor. Aber es ist zumindest drauf, anscheinend. Gut, das alleine lohnt sich. Aber ich muss natürlich sagen, Sexualized Nudity ist wichtig. Gut. Also, jedenfalls, das war mein Unboxing. Achso, ich mache jetzt nochmal auf, damit ich es auch wirklich geunboxt habe. Ups. So. Aufmachen muss es ja sowieso. Also, dass das Cover ein bisschen überstrahlt wirkt, das liegt nicht nur an der beschissenen Aufnahme hier, das ist wirklich so. Finde ich merkwürdig. Innen drin, ah, hier gibt es dann die zwei Scheiben. Blu-ray Nummer Uno. Episode 1 bis 6. Steht der richtig? Und hier steht drauf, ne, Episode 1 bis 9. Oh, interessant, anders verteilt. 1 bis 9. So, jetzt kann man es lesen. Ich habe hier dumm ein Spiegelbild beim Aufnehmen, deswegen vertue ich mich gerade so. Und hier steht 10 bis 12 plus Over. Also, der Over ist offensichtlich drauf. Aber die Verteilung finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil bei uns ist es natürlich 1 bis 6 und 7 bis 12 auf den Discs. Also, die zweite ist halb leer, wenn man so will. Und das sind übrigens die Motive, die die Pappschuber, die deutsche Version kommt mit Pappschubern und dann nochmal mit dem gedruckten Cover, wo nochmal andere drauf sind. Das sind die zwei Motive, glaube ich, die die Hauptboxen bei uns sind, mehr oder weniger. Egal, jedenfalls, ich werde das nochmal alles sichten und dann nochmal berichten in einem Quickie. Für Leute, die es noch nicht sehen. Ich, also, nochmal, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, wenn jetzt so fertig geschnitten ist, wo ich mich dann lauthals darüber beklagen werde, dann ist das die viel, viel bessere Wahl. Es kostet die Hälfte, es hat eine Folge mehr und es hat eine englische Synchro. Gut, man kriegt natürlich nicht deutsche Synchro, deutsche Texte. Okay, wer das unbedingt braucht, der muss halt dann das Doppelte zahlen. Aber gut, ich meine, kann man nichts machen. Das war ein tolles Unboxing. Ich hoffe, ein Bumsi vor allem hat es gefallen, weil wenn es ihm nicht gefällt, dann weiß ich nicht, für wen es noch gut sein sollte. Ja, wie gesagt, demnächst gibt es noch einen Quickie irgendwann mal dazu, der das bespricht, alles. Der wird vielleicht ein bisschen kürzer sogar, aber er weiß das schon. Obwohl, da gehe ich dann auf die Story ein, wieso und weshalb, egal. Jedenfalls mal ein Unboxing, damit nicht immer bloß Fanpost ausgeboxt wird, wobei ich noch nicht weiß, wann der nächste kommt. Schauen wir mal. Egal, das war es jedenfalls und ich hoffe, ich kriege meinen coolen Thumbnail hin oder ich habe ihn hinbekommen. Das habt ihr ja natürlich ganz am Anfang schon gesehen, ich jetzt noch nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020